Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cod 4. Wir suchen immer noch Anna und die Tür zu unserem Glück. Die Tür, bei der wir dieses komische Auge einsetzen müssen, was wir ja vor 2-3 Folgen da bei den Typen abgeschossen haben. Und ich dachte fälschlicherweise beim letzten Mal, dass wir hier hin müssen, weil ich eben halt dachte, dass die Tür hier ist. Dem ist aber nicht so. Deswegen habe ich, ja, ich habe gefehlt. Und eine Notiz über Retina-Scanner, okay. Heute wieder ganz normal im Dunkeln und ne, das sollte jetzt alles ein bisschen besser laufen auf alle Fälle. Abgesehen davon, dass ich wahrscheinlich wieder nicht weiß, wo ich lang muss. Der Kontrollraum für das Störfeld ist fortan nur noch autorisierten Personal zugänglich. Zum neuen Sicherheitssystem gehört ein Retina-Scanner. Ab sofort haben nur noch Oberst Yusupov uns. Kann es sein, dass wir das schon mal gelesen haben? Ähm. Also okay, aber das, jetzt weiß ich immer noch nicht, wo der Raum ist. Hier ist doch... Wieso geht's da rein? Das ist wahrscheinlich, ähm... Ähm... Okay, Moment. Moment. Ähm... Okay. Ich glaube, ich weiß, wo das Problem hier liegt. Ich habe den falschen... Ich habe... Ich habe ein falsches Save-Set geladen. Okay. Kein Problem. Ähm... Da das aber mit dem Schneiden ein bisschen doof ist, werde ich, äh, mal schauen, dass ich mich jetzt hier irgendwie umbringen kann. Das ist jetzt natürlich ein Epic-Fail. Aber, ähm, es macht an sich keinen Sinn, weil ich doch eigentlich schon einen viel weiteren Save-Set hatte. Okay, kann mich mal einer hier irgendwie umbringen. Das wäre sehr freundlich. What the fuck? Save-Set 3 vielleicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das... Was auch immer jetzt hier gerade für den Film abgeht, ich mag ihn nicht. Ähm... Ja. Es ist natürlich wieder so schwer, jemanden zu finden, wenn... Das ist doch jetzt hier nicht, oder? Das ist... Hier ist die Magnetkarte. Ja, das hatten wir alles schon. Okay, ähm... Monsterchen, tötet mich bitte. Das tut mir jetzt an der Stelle leid, aber ich konnte ja nicht wissen, dass... Ja, keine Ahnung. Das ist jetzt... Da bin ich jetzt selber ein bisschen überrascht. Aber hey, so ein Scheiß muss auch mal vorkommen. Ich kann mich hier nicht umbringen. Ah. Hier, fall doch mal runter. Dankeschön. Ja, ich werde jetzt nichts drücken, damit du schön verreckst. Lalalalalala. Drücken Sie den linken Analogstick nach oben. Ich drücke eigentlich immer X und der macht das auch so, aber gut. Stopp! Ja! Glitsch doch einfach mal durch. Da habe ich absolut kein Problem damit. Äh... Möchten Sie den zuletzt gespeicherten Spielstand laden? Ach nee. Moment. Moment. Äh... 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 Ähm... Ähm... Okay? Ich stecke jetzt in einer kleinen Zwickmühle. Weil die Sache ist nämlich die... Weil die Sache ist nämlich die... Das muss man sich jetzt mal geben. Ich habe hier einen Save-State geladen. Und zu dieser Zeit des Save-States existiert die Datei, die ich jetzt eigentlich laden will, gar nicht. Und jetzt hoffe ich mal, dass er das nicht überspielt hat. Also ich gehe jetzt von hier aus aufs Spiel laden und da... dort sollte... ...meine... ...akt, mein aktueller Speicherstand sein. Kann man das irgendwie nachvollziehen? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade selber ein bisschen verwirrt. Aber... Ähm... Das sollte jetzt eigentlich... ...so hinhaben, wie ich es mir vorstelle. Okay, Sherlock. Äh... Wir haben ein Problem. Wie mache ich das denn jetzt schon wieder? Oh Gott, 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 oh Gott Ich konnte das Also ich weiß, dass wir definitiv woanders waren Aber ich konnte das jetzt irgendwie nicht finden Keine Ahnung, was der da mit dem Safe Stage Schon wieder gemacht hat Aber bei dem Stand Haben wir hier auf jeden Fall das Auge Das heißt, das liegt jetzt nicht so weit zurück Und im Endeffekt Das Einzige, was ich jetzt hiervon hab Ist mehr Arbeit durch dieses Geschleide Ich jetzt quasi Zwei Dateien gemacht habe Und Ich mach's mir sowieso schon vom Fahne rein her umständlich Weil ich mit Camtasia meine Stimme aufnehme Und mit Fraps das Bild Und Ah, ist doch alles scheiße Gut Das heißt, ähm Ich kann jetzt Moment, warte mal kurz Erstmal so ein kleiner Sackbeißer Keine Zeit, weil ich was gucken wollte So verpiss dich, ja Ähm Dabidupidu, okay Ich habe kein Was Du hast mich doch am Arsch Also die Folge ist doch jetzt schon wieder total Für den Arsch Ähm Ach ja, hi Warte mal, du kommst Ja, ist das gerade doof Dose Situation Ich krieg dich dann nicht mehr ins Feuer, oder? Oder? Nein Da fall ich ja selber rein Ja, ist okay Ja, los Rein mit dir Sei nicht scheu Dankeschön Jetzt habe ich natürlich Äh, kann ich natürlich Keine Munition von dir holen Aber ist okay Also Halten wir fest Kein MG Keine Maschinenpistole Ansonsten Ist eigentlich alles geblieben Ach Gott Das ist immer mir Das passieren muss, ne Ich meine zwischen dem Safe State Von dem Spielstamm, wo wir eigentlich waren Sind auch schon Ist auch schon mindestens Zur Woche vergangen Aber ist okay Wenn das Spiel meint Ich müsse Gewisse Sachen doppelt machen Dann ist es halt so, ne Jetzt hier bitte runter Ich bin schon fast tot Was ist denn jetzt? Was geht denn jetzt? Das ist ja schon wieder ab Dörb Ach ja Du kannst ja Nicht Das war fail Du kannst ja natürlich Nicht Aus der Hüfte schießen Da habe ich dich leider schon wieder mit Drake verwechselt Das tut mir leid Also Müssen wir das Ganze jetzt auch mal machen Ja I like to do things several times Hi there And Welcome back To Let's Play Cold Fear I'm going to Speak English Now For the rest of this Well Let's call it Room So We're here again And now I'm trying to Play a little bit More curious Or something like that So I give you the headshot Now And Give me the headshot Now Give me the headshot Now Oh no Look These This thing is trying to gangbang me Oh crap Damn it And I They can do this I'm 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 a virgin I mean I I don't want to Let this happen Cause I'm a girl I'm playing the English girl Right now Cause I'm so fucking pissed Right now So Give me the headshot Give me the headshot Die Lay down and die You motherfucker I don't like you You penis Oh yeah Wow This is so freaking awesome I mean look at this Wow Alright let's Let's take this video to the outtags Nein eigentlich nicht Yes of course Nein eigentlich nicht Yes you do Nein mach ich nicht Yes you do Alright guys Here we are Whatever Could you please Stop being such a drunk idiot Damn it Why I can't move This is This is so fucking Gay What the fuck is wrong with you I mean I did this I already did this Yeah and you were like Wow And This went that hard When I did this the first time And you fucking You fucking homo You going me on my Eier Wow Wow Ich fühl mich grad so verarscht Das gibt's nicht Das gibt's wirklich nicht Well let's see if we got balls Oh no he got nothing Nein Giese Giese Alter ich würde mir jetzt nur Aber wenn du Alter Ich sag dir wenn du jetzt nur mal runterfliegst Das Boah Alter ich komm grad überhaupt nicht klar Das ist wieder so ne Sachen Es startet neue Aufnahmen am Tag Denkst du hier es wird alles super Vielleicht schaffst du das Spiel heute sogar durch Und da passiert so ein Bullshit ey Das ist unglaublich Das ist so unglaublich Ich glaub mir kein Mensch Jeder denkt wahrscheinlich dass das jetzt so geplant Und zwar Alright Let's Let's try this again Wow This is so fucking awesome Okay Leck mich am Arsch Alter Ich werd nicht mehr Ich werd definitiv nicht mehr alt heute Hohoho Warte warte Ich hätte es verändern sollen Egal Jetzt penetriere ich dich Ich verstehe echt nicht Was mit diesem PC Generell Es ist mein Pech Schien was ich auf dem PC Es ist einfach wieder mal meine Pech Aura Dass irgendwelches Hey vor allem das Geiles Ja ich hab immer auf demselben Stand Gesafestated Wie kann es da bitte sein Dass eine ältere Version Dieses Safe Status Punkt existiert Das macht für mich null Sinn Genauso wenig wie diese Motherfucking bitches Oder so ähnlich Ja Das war meine Co-Kommentatorin Wie nennen wir sie denn Ich hab keine Ahnung Irgendeinen bitchigen Namen Nennen wir sie Nennen wir es Frank Genau Frank Weil Frank ja auch weiblich ist Äh Nennen wir sie Tessa Keine Ahnung Sucht euch Namen aus Stimmt jetzt ab Für meine bitchige Seite Wenn es mal wieder richtig Hardcore wird Ein Dual Commentary Mit mir selber Hey das wär's doch Let's play together Mit mir selber Wow Ja Ich will drüber nachdenken Klingt jetzt irgendwie Fasor Lass uns zusammen spielen Mit mir selber Oh Gott Ja Dankeschön So Ähm Es ist aber immer noch nicht geklärt Wo ich hier lang muss Bullshit Ich bin dafür Für mir Äh Die Maschinenpistole nochmal wieder zu holen Aber Als ob ich ne Ahnung hätte Wo dieses Scheißteil ist Ne Ich meine Ich kann ja noch nicht mal ein Safe State laden Das sieht man ja Aber ich meine ich kann schon Aber irgendwie Alter Da hätten es noch so ein Vieh Stirb Dankeschön Vielleicht war es ja hier drin Dass die mir auch keine Keinerlei Hinweise geben Keine Ahnung Norden Süden Osten Westen Vielleicht haben sie mir auch Hinweise gegeben Ich war nur zu blöd So Machen wir das Wobei ich wieder weiß Nicht weiß ob das hier irgendwas bringt Aber Ich kann mich erinnern Hier unten waren wir auf jeden Fall schon mal Irgendwann mal In einer weit entfernten Zeit In einer anderen Galaxie Ach Luke Das Scheißding klemmt Auf alle Fälle Alter I'm so fucking lost Wobei Ich glaub sogar Das ist der richtige Weg Ja Tatsache Guck mal hier Sprachposition Ach das fällt mir Da fällt mir ja folgendes ein Genau Ich hab ja am Anfang Schrot Weil wegen Schrot Wegen Schrot hat's genug Weil Schrot toll ist Eigentlich nicht Wenn Schrot toll wäre Würden wir Schrot mehr einsetzen Wobei ich Schrot hier ja immer nicht eingesetzt habe Weil ich mir dachte Ich hab zu wenig Munition dafür Aber Gut Lalalalalalalalalala Kann man hier vielleicht irgendwas So rein zufällig Gut Dann nicht Dann kann ich das auch mal Wobei Nein ich soll mir das später ein Wir kommen ja gleich nochmal hier hin Vielleicht ist es ja auch hier der Raum Ähm Ich denke mal Das haben so bestimmt Irgendwie besser An Szene gesetzt Und hier blinkt ja irgendwie alles Und Sind wahrscheinlich die ganzen externen Festplatten Und so Hier werden wahrscheinlich auch Let's Plays aufgenommen Sage ich auch immer zu Zu dem einen aus dem Aus meinem Betrieb Ich weiß auch nicht warum Aber ich sag immer zu dem Let's Player Ach guck mal hier genau Und immer wenn er Wenn er reinkommt Ich denke mal so Let's Play Minecraft Wobei ist es eigentlich negativ Wenn ich behaupte Er spielt Minecraft Weil ich Minecraft selber nicht so mag Also Doch ich bin nicht kreativ genug Wie gesagt Ich hab Kreativität Aber Ähm Ich bin nicht in der Lage Diese umzusetzen Also Das ist bei allen Spielen So bei Ligil Bei Lidl Bei Ligil Bei Lidl Bei Lidl Von Also Ich bin der Meinung Jeder der mit Minecraft anfängt Der nicht Der nicht groß ist Also so richtig so kleiner Pimpf Ohne 100 Äh Unter 100 Abonnenten Der Minecraft spielt Bin ich absolut der Meinung Dass der das Nur aus dem einen Grund tut Und dieser Grund ist nicht so gut Und Hi Du springst mich doch bestimmt gleich an Oder Wobei Kann ich ja gleich mal so Und End of Ja genau Genau Okay Das wird ja immer blöder hier So Aber das war ordentlicher Äh Der hat den ordentlich in den Schritt gefasst Auf alle Fälle So wie er es eben halt immer gerne tut So was ist denn hier Ist das vielleicht irgendwas hier Aber Nein Das ist halt einfach nur so ein Raum Wo du dir denkst Hey Hier ist was Ist das Moment Moment Wieso hab ich Wieso hab ich Kein Zielfernkreuz Dings Okay Der meiste halt so Wenn ich jetzt Wenn ich jetzt so gucke Und dann vielleicht so Schrot wechsle Treff ich dann Nein Okay Dann machen wir es halt so Ähm Kann ich Wenn ich Wenn ich In Meiner Cold Cold 4 Karriere Irgendwas an Gegenständen verschoben hätte Würde ich jetzt behaupten Wir könnten in den Lüftungsschatz Gehen Aber Ja Ja Dann scheint der nicht Gut Ich möchte immer noch nicht glauben Dass der Raum hier sinnlos ist Vor allem hier liegt was Ein Brief von Pomelov an Anishenko Oh das könnte interessant sein Ich beglückwünsche sie zu ihrer Ankunft auf dem Stern Auf dem Todesstern von Sach Halin Ich schätze sie sehr unterschrieben seit unseren ersten Achso das ist dieses lange Beteiligungsfrauen nicht schätzen Wenn hier irgendwo in diesem Scheiß In diesem Scheißunterlagen steht Wo dieser fucking Raum ist dann Boah Da hab ich ein Problem Da hab ich ganz ernsthaft ein Problem Weil ich mir den Scheiß im Teich durchledet Ähm 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 Wie stelle ich mir den Raum vorher Keine Ahnung Raum wo du im Teils im Scanner hast Der eben halt eindeutig ist Ne Bei dem du sofort weißt, okay, hier, zack, bumm, Auge und so, äh, wo kam ich denn jetzt, das ist ein, ich glaube ich kam von hier oben, ne, äh, ja, gut, okay, dann weiß ich Bescheid, dann war hier wahrscheinlich auch nix drin, oder, ach, der Scheiß den klemmt, ne, ja, alles klar, gut, dann geh ich mal hier lang. Hier ist keine Tür, da ist keine Tür, mal kurz Ausdauer aufladen, die hätten so meiner Meinung nach auch ein bisschen länger laufen können, ich meine, da kann ja, kann ja ein Grundschüler auch schneller, äh, länger laufen als er, äh, ich meine, sicherlich, man muss immer wieder bedenken, in welcher Verfassung er sich befindet, aber trotzdem, ganz im Ernst, das ist keine Ausrede, äh, was ist denn hier, was steht denn da oben, äh, kann ich wieder so nicht lesen, ne, Taschenlampe, war da nicht irgendwas, Taschenlampe ging, glaube ich, nur, so, okay, ach so, da steht wahrscheinlich Rauchen verboten, ne, haha, die waren sich zu fein, das zu übersetzen, Weil sie dachten so, hey, Standard, da kommt jeder Idiot drauf, okay, ich glaube, das ist sogar der Raum hier mit der MP, ne, oder, ne, der Raum müsste ja brennen, Die Motherfucker, da, ne, ich meine, burn, Motherfucker, burn, burn, Ne, hier waren wir aber auch schon, das ist nicht so toll, wobei, ist da hinten, ach, ich hab keine Ahnung, ich geh einfach mal da hinten erstmal weiter, sonst verlaufe ich mich wieder unnötig, Vielleicht sollte ich irgendwas trellern, passiert ja hier eh nicht wirklich was, Aber was zur Hölle sollte ich denn trellern, ich weiß es nicht, Ich rede einfach jetzt mal sinnlos mit mir selber, Moment, das mach ich schon die ganze Zeit, Hier, Ähm, ne Magnetkarte, Äh, wenn wir uns erinnern am Anfang des Videos, aber da und bla und kiks, die Magnetkarte hab ich ja eingesammelt, Und die Magnetkarte war ja für den Lagerraum, also, gut, ich denk mal, dass ich hier dann weiter muss, Also, ist unsere nächste Aufgabe, die Mac, Mac, die Magnetkarte zu suchen, okay, Und hier hab ich grad so das Gefühl, dass ich von hier kam, ja, alles klar, Aber da sieht man uns mal wieder, wie leicht ich einfach zu verwirren bin, was das betrifft, Gut, da haben wir jetzt noch den Weg, wobei das war ja, das war ja, ähm, der Weg zum Lagerraum, ja, Gut, dann weiß ich schon mal, kann ich für mich mal abhaken, Oder ankreuzen, dass ich jetzt hier alles abgesucht hab und da halt ne Magnetkarte brauch, Ist ja auch schon mal was, So, da, 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 da dumm, 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 dadadadadada Und da kommen wir jetzt wieder raus und das ist Kreisverkehr zur Krankenhausabteilung hätten, also zum Mediraum. Deswegen werde ich den Weg jetzt hier auch mal längst liegen lassen, wir haben den ja schon ausprobiert. probiert. Und dann... Weiß ich nicht. Ist hier noch irgendwas? Hier nicht. Ah, hier! Genau. So sieht's nämlich aus. Hier hab ich die... Hier hab ich eigentlich die letzte Folge beendet. Hab auch ein Safestake gemacht. Ich mein, ich hab's auf Video. Ich hab's als fucking Beweis. Aber... Trotzdem hat er's irgendwie nicht anerkannt. Gut, Leute. Ich würde auch mal sagen, ich muss jetzt hier aufhören. Handy sagt mir Bescheid. Das war's heute mit Let's Play Cold 4. Beim nächsten Mal werden wir doch mal gucken. Ich meine, so viele Alternativen haben wir ja jetzt nicht mehr. Wir waren ja quasi schon wieder überall und nirgendwo und ja. Ich weiß auch nicht, was ich dazu noch sagen soll. Bis zum nächsten Mal. See ya!